Die Schatten bewegen sich, geblendet. Aber diese, die jetzt gleich für euch in voller Gänze vorgestellt wird, die hat es geschafft und wir hoffen natürlich, dass ihr viel Spaß daran haben werdet und nächstes mal dann wieder ganz normales Valorant. Mal gucken, mit wieviel Leuten. Leute, die Verhältnisse sind auch anders. Aber die hier ist halt irgendwie hartkacke. Ich finde die Wüsten-Map, also Bind, finde ich am schlimmsten. Also Bind ist zum Beispiel so komplett AT-lastig. Das hier geht irgendwie noch, weil... Das ist einfach komplett wir. So, okay. Noch keinen gesehen hier. Äh, hier ist es noch safe. Der steht einfach auf B obendrauf, diesen fetten Kasten, wie immer das geht. Okay, C ist so frei. Die pushen mich außenrum. Aller außenrum, drei, vier Stück. Oh, ich mag da noch unser Spotfeld. Oh, von uns. Sind jetzt bei Orgi gleich, der hört die. Ja. Oh, scheiße. Oh, oh. Nein. Oh, scheiße. Zellregel. Komm. Oh, komm. Das ist schon mal ein gutes Zeichen, wenn wir in die ersten Runde verdienen gewinnen. Wie gerade. Also ich glaube, die sind auch ein Squads, so wie die gemeinsam gelaufen sind. Da holst du gerade mal eine Runde Pumpe hier. Möglich ist es. Du hast ja nichts zu deppen. Das Spektrum. Mal gucken. So, ich will. Alle die deppen sind ein. Ja. Auf was gehen wir? Ich würde A versuchen. Ich mache in der Mitte erst ein bisschen Krach. Ja, ist klar. Ja, lang. Wir sind ein paar Gegner. A lang. Zwei Mitte B. Nice, Luke. Ich glaube, das hält sich hinterher. Vielleicht heilt sie mich, ja. Eine direkt Mitte. Zwei Mitte. Fuck. Nice, ist es mal aufbegeben? Was auf jeden Fall da warst du das? Nein! Boah. Ja, easy, weißt du. Warst du Glück, dass Pumpe hatte? Was? Jetzt werde ich heil, weißt du? Jetzt fuhre ich die Runde vorbei jetzt. Ah. Ist doch gelohnt, schön gegen eine Phantom eingetauscht. Ja. Zweifelvolle Pumpe geht immer. No, können wir nochmal versuchen. Gut, halt ist zuerst taktisch. So lange versuchen, bis es nicht mehr funktioniert. So. A-Smoggi weg. B-Smoggi weg. Okay, kurz ist einer. A-Kurz. Einer down. Oh, bei mir, bei mir, bei mir. Das ist der Letzte. Phoenix. Bum. Zauber. Ich kann auch mal Tricks 17 machen. Immer. Bist nicht ganz traurig. Oh, nee. So, nochmal so, oder? Würde ich sagen. Klappt ja bisher, ne? Ja, ich vielleicht erst mal B hier schön. Und wirklich, ob ich gerade den rausfischen kann. Ich versuche mal meine Willty von hinten einzusetzen, wieder. Mal gucken, ob das Team mit bei dem es klappt oder nicht. Okay. Gegner, du wirst gegen deinen Weg. Du hast gut gekämpft. Okay. Bisher klappt es bei denen. Hab geplante VR. Das ist ein Gewinn hier. Ich hoffe, es bleibt es. Was ist denn eigentlich da hinten, Sven? Ja, weil ich hier links komme ich selbst, aber das ist nicht. Ein Gegner übrig. Na, vielleicht ist er ja raus. Unser Spawn. Ja. Wraith hat ulti verkackt und ist gestorben. Ah, da war links, ne? Ja, der kommt vom Spawn aus. War schon recht. Wollte auch gar nicht entgegenkeckeln. Ich mein, ich hab mich nur interessiert. Ihr kommt ja aus Friesland aus der Gegend, gell? Ja. Jo. Dann kennt ihr wahrscheinlich nicht Koopas. Äh, sagt mir sogar nix. Richtig geiler Apfelwein. Ich kann es nur empfehlen, Alter. Ich sauf das Zeug gerade wie... Das ist meine zweite Flasche für heute Abend. Also, das sind Literflaschen übrigens. Na, oh. Man kann sich ja mal... Okay, bring me an. Ja, das ist... Fenix-Akkurz. Noch eine Mitte. Fenix ist mega, also der kann es sogar selber heilen. Hm, bitte Pfütze. Genau. Mit beidem, die Wand, die Feuerwand, halt den auch wieder. Wollte verkacken. Oh, der hat beidemt. Das ist korrekt. Remy! Oh, Blatt und Wandeln. Oh, scheiße. Also, hättest du den noch bekommen, gell? Dann, äh, hätt ich mal kräftig in die Hände geklatscht. Ja, ich glaub, das Team war grad für ihn in die Hände geklatscht. Weil der von Noob-Battle. Und in welcher Gegend kommst du? Hier. Ich? Ich bin Hesse. Ah, okay. Warum kein Wiper sich nicht ausheilen? Nee, Wiper ist Gift. Nichts heilen. Mit Gift als Schmierenthalter. Ich. Okay, Raze ist C. Tschüss, boll. Oh, nice. Cypher müssen auch noch irgendwo da sein. Fert ihr alles sauber? Nee. Aber probier's ruhig. Oh, komm on! Bitte B, einer. B, bitte. Fenix hab ich fast down. War er da? Der war lang. Spot. Er spawned. Da war der genau. Aber Mitte kommt einer vom Tunnel. Gegner eliminiert. Neut. Der war... Ah, schade. Lassen wir es doch mal krachen. Lass mal gucken, ob du den Volkern hast. Ah, ne. Nein, aber weiter. Die andere Richtung. Hm, gut. Schön mit einem extra Leben. Jetzt erst mal hier raussnipen. Sven, kommst mit? Guck ich darf zuerst, oder? Ja, klar. Ja. Wendet das Blatt zu unseren Gunsten. Smoke, A lang. Okay, A lang sind zwei. Holy. Da können du Briefe vorlaufen. Oh, Brim ist auch noch ein Spot. Was ist los mit mir? 84 hab ich Brim sound gedrückt. Die werden gleich gar abgetroffen. Nice. Und so far so. Wass mal. Hier ab. Hier über die Spike. Okay. So far ist A. Spike spin. Verlust. Ich komm Richtung A. Greater. Ich habe den Spike aufgenommen. So könnte er ja noch C pushen. Der ist ja noch. Der ist ja jetzt war ab. Okay, eigentlich reduziert. Oder gibt B. Bremsman. B bin ich gerade. Komm da hin. Na gut. Noch 30 Sekunden. Der kommt glaube ich über Mitte. Da wo du auch herkramst. Ja. Ja. Hast du dich gescannt zumindestens? Weißt wo du stehst, Sven? Von Neusten. Geil. Ich stehe auf die Operator, gell? Mhm. Die AWP halt, ne? Ja, genau. Durch für durch. Oh nein. Telesch die aus. drei mitte so farb 72 gedrückt gekommen wahrscheinlich am sport bei uns jetzt da wo ich drin stand da war sein lack erbärmlich erzielt man muss schon was im gebiet 3 bereit für's hellenfeuer doppelts halbien hier der andere müsste gegenüberliegend virtuell ja nur wir holen mega nur bin ich mich einholen das geht nicht das jetzt mal mit mps oder so was macht er war schon war nicht einmal sich was wirklich einfach durchgabe es nur noch den es nachher von dem weg Mega. Sollte klappen. Aber die kommen auch entgegengepfuscht, Leute. Ich porsche einfach so durch. Erstmal in die Ecke. Okay, das hält mich fasserisch. Okay. Na, klappt ja. Okay. Okay, zwei direkt. Ja. Na, alle mittig in der Richtung. Konntet ihr die auch sehen? Ja, wir sehen die auch. Nee, wir konnten die auch sehen. War mega, Alter. Mit welchem Charakter hast du es gemacht? Cypher, das ist so richtig von dem. Geil. Wenn einer von denen schon tot ist, kann er die Leiche analysieren, der weiß, wo alle andere sind. Cavera von Rainbow. Ja. Scheiße. Phoenix rechts und Spot schon. Ja, der, 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 der. Ja, das wäre in der Regel die. Geil. Nächste Runde nochmal und dann A-Wash, ne? Sie könnten jeden Augenblick aufholen. Ja, probieren wir. Ich gehe aber über den Mitte. Mach wieder lang von dem, äh, Wex morgen. Also nicht, ich meinte noch einmal C, dann A, aber wir können es auch andersrum machen. Nee, komm, lass noch mal C. Ja, okay. Weil ich mache hier Mitte Richtung C. Okay. Riecht dir in ihrer Angst. Deco-Montadex. Steine und bewegen sich. Okay, wir tot. Die habe ich dann in der Ecke da anliegt. Aber was ist denn so? Ist mir die? Okay, Raze und Spot. Was soll der Roboter? Durch. Aufwand, Riss herzuzähnen. Hinter mir, Gang B. Keine Lade. Steh mir die Sicht. Oh nein. Spawn. Guck mal, ob du irgendwen heilen kannst. War das nicht? Nice. Puh. Ich bin einfach der, der sich anschließen lässt und der regelt. Passt schon. Tot. So, glaube ich, auch noch C, ist hier. Ach, ich bin einfach der, der sich anschließt. Hör mal. Aber, oder was? Dann jetzt A, wasch, oder was? Ja, probier. Sollte ja klassen. So, falle zur Runde. So. So. Da sieht 3 rechts rum, einer stark aus, oder was? Ich setz mal ruhig ein und verarsch die wieder von hinten. Das klappt bei den A-Long ist gut. Ich kann aber noch mal lang smoken. Okay, geht wieder recht. Mal gucken, wo ich jetzt lande. Phineas ist auf jeden Fall unsporn? Äh, unspot? Aber sonst? Das Glas gibt es. Das ist Dreadstone. Da war Lucky. Dass er mich da nicht entdeckt hat. Ein Gegner übrig. Nice. Letzter lebender Spieler. Chill, spiel auf Zeit. Ja, ja. Scheiße. Oh Mann. Schafft er, oder? Ja. Oh, kacke. Ja, das bot ist ja eh bekannt. Letzte Runde vor dem Wechsel. Oh. Warum setzen wir uns nicht verboten? Ich hab Geld übrig. Salty Chicken. Okay. Safe geht. Mit AWP-C snipen. Also keine Ahnung wie. Aber ich gebe ihm mit der Snipen. Ja, zwei Snipen. Weifel auf. Fiefer doch wieder ohne. Ja, ja. Ne, gif. Vorsicht. Fenix Alarm. wir müssen eigentlich bist du nur phoenix also das reicht auch für mich kein entkommen über rechts nice nur buffet habe ich gerade in der von dem viper der match bekommen gemacht so ich war hier kugeln und das wusste ich habe schon gefragt werde ich angeschlossen hat so gesagt dass ich der menschen war erschrocken ich habe mich selber gewundert wirst du so nicht heute war es festgestellt der spurt sonst geht um ein b damit jeder posten vertreten ist und habe ich es ich bin so dumm ok bombe das ist gar nicht wüschen ok b b b oh come on habe zählen auf dich du schaffst das platziert der random schaffte das okay man weiß wenn man gerade gecallt hat 22 ap verloren er hielt sich ja sonst so jetzt macht das so vorweg ich bin zehn er dagegen gesetzt das so war wahrscheinlich auch der guten spot wurde sehr gelacht hat das ist bei mir trifft so mein lieblingsport aber mache ich jetzt so klappen ich gucke ich war zu aua ich krieg damage wenn ich da runterspringe ja dann bist du auf den 88er bereich ich weiß dass ich weiß dass sehr viele runden ich mache so oft und ich jedes mal ja also noch zwei also da steht ja einfach da oben also mit einem teleportiert ist schon ziemlich geil oder ja ich deswegen ich habe kam noch nicht zu dir zu spielen seitdem ich ein freigeschaltet habe spielst du denn ich habe mich zu spüren mache ich obwohl die völlig sind auch ziemlich geil das ist schon hart von vorteil das heißt eigentlich team was ist also alle fünf gemacht also eigentlich bei team-assort bin ich mir nicht sicher kann ich habe ich ja gemacht ja ich mache deswegen ja team kann ist das kann keiner von uns gestorben oder oder wurde man vielleicht doch ist okay alle theoretischen sind auch überhaupt geworfen können keine ahnung der verbleibung das team kann er ja das macht sogar sinn nur viel mit logik die doppelt über die bäder ja was manchmal es ist c6 er hat sie waren ganz viele gerade so was hat er seine fähigkeit eingesetzt alle drei angehittete das vor genug auch wenn man hier fährt sich einer rechten und die amt und mussten Links dann. Ja. Da rechts. Da. Da oben. Okay. Links dann. Egal. Masse. Das ist jetzt. Wird so spät. Ja, nimm ihn die Ehre. Wird nix, oder? Nein, das ist so viel zu spät. Aber er hat ihn die Ehre genommen. Ist ja auch okay. Wie viele Sekunden braucht man? Wenn Sie was im Schilder führen, kann ich es nicht ganz ehrlich sein. Kunde, bevor es richtig krass piepst, kann ich es auf jeden Fall umführen. Oder wenn es anfängt, krasse piepen, dann muss man eigentlich klein. Aber er weiß nicht, wie viele Sekunden hab ich tatsächlich nicht mehr gezählt. Ich lebe mal eine Runde mit der SSG. Ich nehme mein Lieblingspapier. Zack. Ah. Die Müll können Sie nicht sparen. So. Felix bei wieder? Ja. Einer hat jetzt auf jeden Fall. Der hat 50 Leben oder so. Dieser Le Bon. Scheiße. Ja. Okay, Silber. Der hat wirklich Silber. Der hat wirklich Silber. Okay. Der ist bald platziert. Sag ich nochmal, bitte. Wer vorliegt, Bro. Der hat wirklich. Einer am Boden. Oh Gott. Shit. Oh Mann, die standen mal gut. Das ist doch nicht Himmel. Eko? Ja. Das ist jetzt, wo sie alle gekauft haben. Ja, man kann ja wieder verkaufen. Das ist ja easy. Ah, stimmt. Okay. Dann kaufe ich mir nur eine Pistole. Ach so. Ja, genau. Oh, Fenix kommt, ah, okay, Spike, ah, oh, weg da, weg da, weg da, weg da, boah, Das war mehr wie knapp. Noob lebt am Limit. 2A sagt 4. Ja, und Rimmys Spot. Oh, um jetzt... Was der dich getroffen hat, alter. Oh, der war schon. War jetzt so schön, man, und mal richtig schön einkaufen, jetzt sieht dich fett. Ja, ich hab meine Maschinen versucht, ich hab ja noch. Der Vorteil ist halt, du kannst mit, äh, oben und zum Beispiel hier auf B einfach oben drauf gehen. Mhm. Das ist so geil, wenn Dunder snipest oder so. Also hier ist die... Ja, ich mein, Spudy. Ja, nein, ich mein, hier auf dem Mittelkasten, da ist die Tür da. Ja, hab ich schon verstanden. Das ist echt cool. Ja, oben bittest du halt viele Möglichkeiten. Okay. Okay, dann wird's, dann ist's auf jeden Fall, ja. Ja, komm und hab ich's. Okay. Der Mittelkasten. Oh, Pumpe. So, sofort mit der Pumpe, ey. Du beholt hier wieder Luck-Shots. Ein Gegner übrig. Nice. Matchpunkt. Ja, was muss ich denn jetzt? Das war gar von mir so ein richtig schöner Lucky-Shot, Alter. Das hab ich wirklich nicht gesehen. Aber ich find's echt cool, dass alle von uns auch positive KD haben. He, ist selten bei mir. Bei mir auch. Ja. Wir haben gute Te-Mates. Also Full Squad macht halt schon Unterschiede aus, nicht? Klappe, du? Ach, wer ist tot? Ich probier mal ein Ultimal aus, aber mach ich das nicht. Versuch mir nicht. Oh. Okay, Mitte. Deswegen probier ich das nicht. Okay, einer C, einer B. Müssen. Also. Weil ich mich nicht verkehren kann. Komm schon los. Oh, jemand auf K, der ich es nennen kann? Ja. B, Mitte. Ja. Ja, bitte. Die werden vermutlich dann C gehen. Einer blazed bei C. Ja. Spike platziert. Gewehrwerte. Schaft. Ein Gegner übrig. Schaft. Stopp. Da. Da ist er. Oh, Nubi. Nur damit er in Ruhe entschärfen kann. Nubi hat mich überholt. Ne. Er hat doch an. Mich net. Ne. Einer. Lugia dann. Du wirst es. Alle Lugia gib sich das nicht. Alles klar, hau rein. Boah. Krass, ey. die runde richtig gespielt ich muss sagen ich bin schon ein bisschen stolz auf uns positiv wo sieht man das auf punkte anzeige kannst du noch gehen so ist das dritte im haupt sobald du dann im haupt wenn du bist punkte anzeige das dritte also so viel fall in sie gerockt dann die beiden dann random schön obi ist werbung hallo sven bist du auch so sauer wie ich ja warum bist du sauer weil ich meine stehen nicht sehen kann und warum bist du sauer weil ich bei all in ein krass geiles neues spiel gesehen habe aber ich habe kein geld deswegen muss der nicht sauer sein ich habe eine möglichkeit wie du das krass geile spiel was über all in gesehen hast du auch kaufen kannst für wenig geld was das geht ja das geht und zwar bei instant gaming da kriegst du spiele für einen wesentlich günstigeren preis als auf anderen seiten und du kannst all in dabei sogar unterstützen ja und du zahlst nicht mal mehr bei all in bekommt für jedes spiel was du dir kaufst drei prozent und du zahlst nicht mehr das ist einfach geil und auch vorbestellung kriegst du einen tag vorher und das ist einfach so geil ein spiel vorher spiel bevor es überhaupt veröffentlicht ist du fühlst dich wie etwas besonderes holy shit das ist so geil ich selber gerade oh shit da gehe ich mal direkt auf die seite wo finde ich denn den link dazu den link findest du in der unten in der video beschreibung von order unter jedem video wo ein joystick hinter ist nice erstmal drauf klingen richtig nice gönnung gönnung what you saying it ain't nothing but heart-wrecking dedication quit complaining look at my life feel my pain when it comes to me and you we're not the same this is so far from the game what you saying it ain't nothing but heart-wrecking dedication quit complaining look at my life